So, weiter geht's mit Team BikeAid in ContiPro. Ich bin mega gehypt, macht super viel Spaß. Jetzt geht's hier nochmal gleich in Zwischensprint, den sich Ronald McDonald holen möchte. Sprintbeschleunigung 73. Wir haben natürlich unseren Sprintzug hier auch schon gestartet. Geht gleich nochmal in einen Berg der dritten Kategorie. Das sollte eigentlich ganz gut werden nach dem Sieg von Emmanuel Gepreik-Zabir beim Muscat Classic. So, Quinn Simmons, der hat sich die erste Etappe im Sprint geholt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber er hat es auf jeden Fall geschafft. Dann van den Berg ballert hier jetzt nochmal. Dann können wir eigentlich auch Nils Keller schon nehmen. Van den Berg, der sich das Bergtrikot gesichert hat für den Tag. Also wir versuchen da vorne jetzt richtig schnell reinzufahren, ohne den roten Balken natürlich dann auch schon zu riskieren. Ich würde jetzt schon mal die Energiegele geben. Nils Keller gibt nochmal alles. Und jetzt wird's schnell werden da vorne. So, Matteo Groß kommt. Den sollten wir vielleicht aber nicht auf 99 nehmen. Keller nimmt mal raus. Den brauchen wir auch nicht mehr. Groß kommt. Macht nochmal ein bisschen Tempo. Hält uns schön weit vorne. Nils Michott heute mit der Minus 3 nicht ganz so stark, wie wir es gerne hätten. Jetzt ballern auch die restlichen Sachen. Aber leider Michott nicht so stark. So, Michott kommt. Ist allerdings dann auch gleich raus. Und gepreikt Sabir kommt nochmal mit der Attacke. Michott nimmt raus. Groß nimmt raus. So, gepreikt Sabir. Eigentlich ähnliches Szenario wie vorher. Kommt da noch einer mit, Hürandner. Der kommt da mit, der Österreicher. Mal schauen. Wir ballern hier mal runter. Jetzt wäre es vielleicht besser, wenn wir bei Quinn Simmons ans Hinterrad gehen. Da sind aber noch einige mit dabei. So, mal schauen. Was hat Hürandner? Beschleunigung 61, 68. Beschleunigung. Puh, schwierig, schwierig. Wäre eigentlich ganz lustig, wenn wir dem Österreicher den Sieg zuschustern. So, gepreikt Sabir geht mal los. Mal schauen, ob wir da irgendwie noch hinkommen. Hürandner kommt nochmal. Juno kommt nochmal. Aber da kriegen wir leider nicht den Druck auf die Pedale wie ein De Bruyne. Also das hat nicht so gut funktioniert. Quinn Simmons. Dann haben wir Juno. Äh, Juno. Entschuldigung. Juno da natürlich noch. So, es war leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es kommt eine relativ kleine Gruppe durch, die allerdings aus 46.000 Bike-Aid-Fahrern besteht. Das ist schon mal gut. Dahinter sollte eine Lücke gemessen werden von einer halben Minute, 40 Sekunden circa. Baudin dort auf der 12. Samuele Zuccarato. Burratti und so weiter. Die Namen brauche ich jetzt nicht alle vorlesen. Also das lief jetzt nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte an dem kleinen Hügel. Da lag aber wie gesagt auch daran, dass Michot nicht ganz so fit war, weil er war eigentlich der Top-Favorit auf den Tagessieg heute. Dritte Etappe im Oman. Wir gehen rein auf eine Ankunft für die Panschöre. Sieht man hier so die letzten, wie viel sind das? Zweieinhalb Kilometer, drei Kilometer maximal. Da ballern wir jetzt rein mit Nils Keller, unser neuer Kopfstein-Pflastergott, dessen Potenzial auch nicht zurückgestuft wurde. Generell kein Fahrrad zurückgestuft worden. Am Beginn der Saison auch natürlich unser luxemburgischer Andy Schleck. Wir haben leider kein Wasser mehr. Das ist auch nicht so gut gelaufen mal wieder. So, jetzt schauen wir gleich. Fünf Kilometer sind es noch. Juno haben wir noch. Entschuldigung. Müssten wir langsam mal los. Eigentlich können alle dann jetzt auch mal das Gel nehmen. Wir haben schon ein bisschen eine Lücke gerissen nach hinten. Keller kann mal rausnehmen. Jetzt kommen allerdings die Kollegen auch nach vorne. Juno mit einer 92 hält uns da gut in Position. Geht schon noch ein ganz schönes Stück. Deswegen ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Wenn wir da jetzt den roten Balken noch nicht angreifen, solange wir die Position vorne halten. Gepreik Zabir sieht gut aus. Wir schauen mal. So, Michot kommt mal. Der sollte trotz schlechter Tagesform sehr, sehr stark sein. Sollten die Kollegen da auch nochmal ein bisschen mehr leiden. Aber es sieht alles noch gut aus. Michot in einer guten Position. Dann haben wir noch Matteo Groß. So, es bleibt steil, oder? Oben raus. Jo, es bleibt steil. Da kommt der Weltmeister, Tish Binot. So, ai, ai, ai. Das war auch merkwürdig. Ach komm. Matteo Groß kommt. Zieht Gebreik Zabir den Sprint an. Der kommt dann vielleicht nochmal vorne hin. Binot oder Gebreik Zabir. Ich glaube, Binot hatte genügend Vorsprung. Und zieht das hier durch. Trotzdem haben wir es, glaube ich, vom Energiemanagement ganz gut gemacht. Zweiter, dritter Platz. Gebreik Zabir, Matteo Groß, Maucho Schmidt auf der Vier. Nils Michot auf der Fünf. Richie Tello vorne mit dabei. Pim Ronha, Quinn Simmons. Und was machen die jungen Fahrer von uns? Die sind wahrscheinlich jetzt hier irgendwo hinten rausgefallen. Also Zeitabstände sollte es kaum geben. Geno Hörandner, der in der Ausreißergruppe heute war, es allerdings nicht wirklich geschafft hat. Was? Tuck, tack. Go, go, go. Kann man machen. Da drüben haben wir Keller. Jetzt kommt van den Berg hier nochmal rangeflogen. Ist das spannend. Wahnsinn. Den haben wir einfach auf 90 gelassen. Der arme Kerl fährt jetzt mal mit Nils Keller hier rein. Also unsere jungen Fahrer verlieren ein bisschen Zeit, haben ihre Arbeit gemacht. Für den Etappensieg hat es wieder nicht gereicht. Der Weltmeister Tish Binot dann doch ein bisschen zu stark. Vierte Etappe. Das wird eher ein flacherer Sprint. Minimal leicht ansteigend. Nils Keller war den ganzen Tag in der Gruppe, hat das gut gemacht, weil Hügel fahren ist jetzt nicht so ganz seine Stärke. 67, Beschleunigung bei diesen ganzen Bergwertungen, dann eben auch nicht so richtig sein Ding. Er darf jetzt einfach das Rennen mal zu Ende fahren, wie er lustig ist. Darf auch gerne hier aus der Gruppe rausfallen. Wir schauen mal. Junot sammelt hier gerade ein bisschen ein. Es bleibt hügelig. Deswegen Michotte mit der Minus 2 heute nicht ganz so stark. Generell während der gesamten Rundfahrt, ist ja die Tagesform nicht optimal. Vorne jetzt Uno X noch mal mit einer interessanten Attacke. Aber sieben Kilometer vom Ziel sollte das eigentlich nicht funktionieren. Nils Keller kriegt mal das Energiegel. Ihn werden wir auch zur Strade Bianca mitnehmen. Das wird interessant. Da kann er seine Qualitäten gleich mal ausspielen. So, Junot geht mal los. Der 99 wird da gleich platt sein. Hörandner kommt mal mit der 99. Und dann haben wir Groß gleich noch für die Sprintanfahrt. So, dann kommt schon Hörandner. Zieh noch ein bisschen. Zieh noch ein bisschen. Jetzt geht es dann hier gleich bergauf. Oh, jetzt müssen wir los. So, Nils Michotte ist noch in einer ganz guten Situation. Kommt dann jetzt auch mal. Kommt schon Michotte gegen die Konkurrenz. Gegen Rosen. Da kommt allerdings Nebräune noch. Aber es wird der Etappensieg für Nils Michotte. Damit gibt es auch erstmal das Führungstrikot. Gebreik Sabir bleibt auch noch irgendwie am Hinterrad. Kommt hier vorne mit rein. T-Spiel-Not geschlagen. Sehr cool. Also die Sprintanfahrt hat mal gut funktioniert. Matteo Groß noch auf der 8. Auch das ein cooles Ergebnis. Generell Matteo Groß mit einer super Rundfahrt. Ein Fahrer, der bei uns hier ein bisschen auf dem Prüfstand steht. Aber das bislang eigentlich wirklich gut macht. Die gute Tagesform hat natürlich auch ein bisschen mitgekickt. Also das war eine gute Teamarbeit von Team Bike Aid. Muss man sagen. Wir schauen mal, ob wir ins Führungstrikot rutschen. Einmal auf die Siegerehrung geschaut. Noch ein bisschen Werbung gemacht für die South Bar One Group. Was auch immer die machen. Weiß es nicht. Segelschiffe bauen. Könnte sein. Man weiß es, wie gesagt, nicht. Aber gut. So, jetzt sind wir jetzt alle mal da. Ja, okay. Ist ein bisschen wie im Puppentheater. Läuft Nils Michotte mit dem Sieg. Durch Zeitbonifikation reicht es nicht für die Führung. Weil Ramses de Bräune. Alter. Was haben sich die Eltern denn da? Habe ich gedacht. Du Schatz, wir kommen aus Belgien. Wir heißen mit Nachnamen de Bräune. Lass ihn uns einfach Ramses nennen. Aber gut. Meinen Drittgeborenen werde ich auch Ramses nennen. Thomas Klau. Sorry. Ich soll jetzt nicht irgendwie sehr abwertend klingen. Aber Ramses ist eigentlich ein ganz lustiger Hundenname. Da ich irgendwie nicht in Kinder denke. Weil ich auch keine möchte. Finde ich Ramses eigentlich einen schönen Hundennamen. Ramses de Bräune. Also zweiter Platz. Aber es bleibt natürlich hügelig, bergig und so weiter. Wenn wir nochmal ganz kurz drauf schauen. Auf den Kalender, was eigentlich mega umständlich ist. Aber macht ja nichts. So, dann kommt nämlich jetzt die fünfte Etappe. Da geht es nach Green Mountain nach oben. 6,4 Kilometer. 10% circa im Schnitt. Das hat es schon in sich. Da werden wir keinen Zug fahren. Sondern dann eben unseren Dreierzug machen. Einer beschützt. Einer fährt Tempo. Und der Kapitän hängt sich hinten dran. Das sollte eigentlich ganz gut werden. Ich habe allerdings Befürchtung, dass unser Team nicht gut genug ist. An der Seite von Amanuege Preik-Zabir. Wenn der eine gute Tagesform hat, kann da was gehen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. Flaches Terrain. Bis Kilometer. 151. 153. Und dann geht es 6,4 Kilometer. Sehr, sehr steil nach oben. Und hier wird natürlich die Rundfahrt entschieden. Kommen zur Entscheidung bei der Tour auf Oman. Wir haben Moritz Hörandner mal vorne eingespannt. Der Zug, sie ist natürlich mega lang. Aber wir haben den entscheidenden Fahrer direkt hinter Hörandner. Der eigentlich ein ganz guter Bergfahrer ist. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier in einer guten Position hochkommen. Wir haben vorne Matteo Groß, der beschützt Hörandner. Und dahinter unser Kapitän. Gebreik-Zabir dann halt einfach nur den Rattenschwanz hinten dran. Damit die Fahrer auch möglichst in der guten Position hier hochkommen. So, der Berg hat noch nicht mal begonnen. In der Gegend würde ich gerade vielleicht noch sparen. Wobei das Ding natürlich nicht super lang ist. Jabal al-Aqdar geht es nach oben. Jetzt wird das Tempo höher. So, wir wollen nicht an die Spitzenposition fahren. Das darf gerne Lidl Track übernehmen. Vorne in der Gruppe haben sie anscheinend aber auch noch ein bisschen Pfeffer im Arsch. So, da kommt Israel Premier Tag. Mit der Attacke. So, wir ballern noch ein bisschen. Aber wie gesagt, es wird oben noch richtig Energie kosten. Da kommt Mauro Schmidt mit der Attacke. Vielleicht ein bisschen früh. Wir bleiben hier sitzen. Hörandner mit der 85. Versucht uns weiterhin hier hochzubringen. Mauro Schmidt ballert da schon sehr, sehr viel rein. Da ist auch Matthew Ritchie Tello. Jetzt werden wir ein bisschen überrollt. Hörandner, unser österreichischer Klettergott. Da war wieder der Sprachfehler. So, ist vielleicht ein bisschen viel mit der 89. Bleiben erst noch mal sitzen. Schauen mal, dass die Kollegen hinten noch mal ihr Energiegel bekommen. Gepreiktsabir bekommt das gleich. Jetzt versuchen wir erst noch mal sitzen zu bleiben in der Position. Wie gesagt, die Helfer von Gepreiktsabir. Könnte sein, dass die heute nicht stark genug sind. Jetzt müssen wir aber wieder ein Stück nach vorne fahren. Hörandner bringt uns dann noch mal schön vor. Alle sind ziemlich platt. So, kommt schon, Leute. Hörandner gibt noch mal alles. Fährt auch den roten Balken ein bisschen Platz. Komm schon, zieht durch. Sind noch 800 Meter. Jetzt müssen wir da irgendwie dran vorbei. Hörandner gibt alles. Vorne geht noch mal die Attacke. Und Gepreiktsabir, glaube ich, zu spät auch einfach jetzt wieder los. Haben wir ein bisschen zu lange gewartet. Den Sieg holt sich Lutsenko. Jo, da waren wir ein bisschen zu lange in der Defensive. Gepreiktsabir kommt hier immerhin noch auf den dritten Platz. Zweiter Platz vielleicht sogar. Ich glaube eher dritter. Na, sogar zweiter Platz für Gepreiktsabir. Da hatten wir sogar noch zu viel Energie übrig. Da war ich zu defensiv. Wollte eigentlich die Energie schön bis oben hin sparen. Aber die letzten Meter waren dann gar nicht, war trotzdem schlimm. Also bin irgendwie noch nicht so richtig drin in der Saison. Muss man sich auch echt umgewöhnen mit den Fahrern. Ist immer ein himmelweiter Unterschied. Aber es war einfach auch wieder nicht ganz optimal gemacht. Trotzdem sind wir zufrieden. Zweiter Platz gegen eine Konkurrenz wie Sepp Kuss. Zum Beispiel Richie Tello, Mauro Schmid. Das war schon eine gute Konkurrenz. Schon eine World Tour Konkurrenz in dem Sinne. Da kommen Keller und Michott auch noch mit rein. Weiß nicht, ob die dann in derselben Zeit gewertet werden. Ist aber nicht schlimm, Gepreiktsabir auf der 2. Ich weiß nicht, ob Luzenko sich da einen Zeitunterschied rausgefahren hat. So, sind noch einige hier am Start. Das komplette ägyptische Team hier noch mit dabei. Bin ich froh, dass wir mit Assem Mahdi... Ne, das ist das irakische Team, Entschuldigung. Aber dass wir mit Assem Mahdi, der ja schon Assem Pantani genannt wurde in den Kommentaren, dass wir da so ein Megatalent haben. So, ich glaube, dass Luzenko Zeitabstand rausgefahren hat. 13 Sekunden waren es dann an der Zahl. Bedeutet, dass er auch in der Gesamtwertung vorne liegt. Gepreiktsabir aber immerhin auf der 3. Matteo Kroos bleibt auf der 6. Ganz, ganz stark. Super Ergebnis. Und Nils Keller in der Bergwertung immerhin auf Platz 9. Matthias Kockelmann auch mal wieder im Bild. Sehr schön, Punktewertung. Da können wir vielleicht auf der Schlussetappe nochmal was machen. Wobei, die werde ich wahrscheinlich eher weg simulieren. Ob wir die jetzt gewinnen oder nicht, ist nicht ganz so wichtig. Ich bin froh, dass unser Bike Aid Trikot wieder da ist. Unser Original Bike Aid Trikot. Also dritter Platz in der Gesamtwertung. Da wird sich auf der letzten Etappe nicht mehr viel tun. Dann geht es jetzt aber rüber nach Portugal. Und da bin ich sehr, sehr gehypt. Nicht nur, weil Emil Herzog dort sein Saisondebüt gibt. Oder ist das sein Saisondebüt? Jo, glaube schon, oder? Ja, okay. Er war bislang noch nicht dabei. Also Saisondebüt für Emil Herzog. Dann Erik Morser mit dabei. Timton Teutenberg. Flatt van Mechelen. Und ich bin super gehypt auf Karl Engel. Der hier zum ersten Mal, ja, für uns als Kapitän auch reingeht. 32 Kilometer Einzelzeit fahren. Das ist sicherlich nicht seine Stärke. Da sehen wir Wert von 64. Sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass Emil Herzog dort in der guten Position ist. Können wir ganz kurz uns generell das anschauen. Ja, das ist natürlich keine Hügeletappe. Das ist schon eher bergig. Da wird Karl Engel sicherlich seine Qualitäten ausspielen. Dann 32 Kilometer Einzelzeit fahren. Und dann zum Schluss wird es auch nochmal richtig knackig. Also unser Luxemburger zum ersten Mal in der Kapitänsrolle. Müsste eigentlich jetzt auch gleich dann in der Auflistung nochmal kommen. Ansonsten noch Corentin Diron mit dabei. Unser Franzose, der auch schön, schön viel Potenzial hat am Berg. 75 Mittelgebirge ist schon sehr vielversprechend. Aber 5,5 Sterne Berg ist natürlich enorm geil. Karl Engel da sowieso mit 6 Sterne Bergfahrer. Der wird so hoffnungslos überlegen sein. Keine Ahnung, hoffnungslos überlegen macht keinen Sinn. Auf jeden Fall wird er richtig nice werden. Und bin super froh, dass er nicht zurückgestuft wurde. Flatt von Mechelen, wie gesagt, Potenzial ausgeschöpft. Vertrag läuft aus am Ende der Saison. Einer der Fahrer, die auf dem Prüfstand stehen. Aber ich finde ihn als Helferlein für viele Sachen eigentlich relativ gut. Da werden wir aber den Blick drauf werfen. Emil Herzog, um die Fahrer jetzt einfach auch nochmal so ein bisschen in den Spotlight zu rufen. Auf jeden Fall wird er verlängert. 2027 läuft es aus. Aktuell mit 4 Sternen. Potenzial insgesamt 5 Sterne. Er hat aber nirgendwo 5 Sterne. Finde ich immer ein bisschen strange. Die ganze Einschätzung. Vielleicht geht da nochmal ein bisschen was nach oben in der Anpassung. Dann haben wir unseren Griechen, den wir bislang so fast gar nicht in den Rennen gesehen haben. Was ich schade finde. Sotirios, Marius, Bretas. Eigentlich auch ein guter Helfer. 70 Hügel, 71 Ebenen, Zähigkeit, Beschleunigung. Guter Sprintanfahrer. Werden wir hoffentlich auch dann gleich auf den Etappen sehen. Erik Morser, der hat sich auch richtig schön gemacht. Hügel, 76, nicht mehr ganz so viel Potenzial rwandischer Zeitvermeister. Aber haben wir den Vertrag jetzt auch erst verlängert. Und Timton Teutenberg, der es dann gerade noch so den Cut geschafft hat, wie man es beim Golfen ja sagt, sich lange Zeit gar nicht verbessert. Der hat letztes Jahr dann doch mit einigen guten Ergebnissen bei der Deutschlandtour einen Etappensieg geholt. Triptique de Mont-Château und so weiter und so fort. Also wirklich mit guten Ergebnissen letztes Jahr. Bei uns hat er dann auch gleich einen neuen Drei-Jahres-Vertrag bekommen. Also Triple T bleibt Team Bike 8 auf jeden Fall erhalten. Ansonsten vielleicht mal ganz kurz der Blick. Wir haben den 15. Februar. Ich glaube, die Fahrer haben sich hier jetzt nicht massig verbessert in der Ebene Nils-Michot. Berg können wir nochmal schauen. Gab es da nochmal irgendwelche Anpassungen? Ich glaube aber auch eher nicht. Samuel Nianco, 72. Mauro Brenner finde ich cool, dass er sich jetzt auch schön verbessert hat. Zähigkeit nur bei 66, aber da nochmal ganz kurz den Blick reinwerfen. Panjör 5 Sterne. Hier 4,5 immerhin. Also das kann schon auch ein sehr guter Helfer mal werden. Für eine dreiwöchige Rundfahrt Mauro Brenner. Mittelgebirge. Haben wir uns auch schön verstärkt und ich bin sehr gespannt auf Karl Engel. David Himane soll natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Wie viel verdient er? 3000. Vertrag läuft aus. Auch da werden wir natürlich verlängern, weil er ein wichtiger Faktor sein wird, auch für unsere afrikanische Verlangsanfahrer. Und Assemadi sowieso. Da läuft der Vertrag, glaube ich, auch dieses Jahr aus. Also der kriegt sowas von einen Dreijahresvertrag unter seine Pedale geklemmt. So schnell kann er gar nicht gucken. Und ein Fahrer, über den ich auch eigentlich am meisten oder für den ich am meisten noch gehypt bin, ist Diego Brühmann. Weil das halt ein Fahrer ist, den haben wir geholt mit zweieinhalb Sterne Potenzial. Und wenn der in drei Jahren dann vielleicht wirklich mal Tour de France Sieger oder sonst was wird, das ist geil. Und ein Jahresvertrag am Ende der Saison bekommt er einen Dreijahresvertrag. Und dann halten wir ihn so lange, wie es eben finanziell möglich ist. So, wir gehen rein in Portugal. Wir haben Eric Moassa noch in der Gruppe. Wir können es nochmal versuchen mit einer kleinen Attacke mit Eric Moassa. Das wird allerdings relativ schwierig werden. Da sehen wir schon, dass das Hauptfeld gleich angerollt kommt. Moassa, wir ballern einfach mal mit Moassa noch ein bisschen durch. Vielleicht gibt es da hinten doch nochmal ganz kurz eine Unsicherheit. Hier hinten kommt jetzt natürlich auch der Bike Aid Zug, der für den Fall der Fälle schon mal vorbereitet ist. Wir haben sehr, sehr gute Sprinter hier mit dabei. Da werden wir mal drauf schauen. Arnaudely ist mit dabei. Sprint 80, Beschleunigung 80. Bei uns haben wir ja schon drüber gesprochen. Timthorn Teutenberg mit der 74. Also, falls da hinten irgendwie nochmal Unsicherheit bestehen sollte bezüglich, ja, des Siegeswillens, dann wäre Moassa da. Aber hier vorne, alter Schwede, was ein Gemurmel. So, da ist Moassa dann jetzt auch gleich eingeholt. Also, Corentin Diron, wir tun einfach mal so, als wäre er der Sohn von Jacques Diron, habe ich mir jetzt einfach vorgenommen. Moassa macht mal Feierabend für heute. Da hat sich das Bergtrikot gesichert für den Tag. Das ist schon mal wichtig. Corentin Diron, der hat sich, ja, am Anfang der Etappe. Ein bisschen aufgerieben. Wollte unbedingt in die Gruppe. Es hat nicht funktioniert. Also, hat nicht sollen sein. Jetzt müssen wir mal ein bisschen ballern. Alter Schwede. Also, die Sprintzüge, die sind hier schon enorm stark im 23er. So, die sind ja schon jetzt einen Kilometer vor uns, gefühlt. Wir machen den Zug mal ein bisschen kürzer. Die Rohr nimmt mal raus, ohne dass er jetzt komplett wegfällt. So, Bretters übernimmt. Versuchen wir ihn mal ein bisschen zu steuern. Alter Schwede. Sind jetzt schon nur noch 3,5 Kilometer. Es kann doch nicht sein, dass die da vorne das so durchziehen können. So, wir nehmen mal Vlad van Mechelen. Der ist nochmal stärker, auch wenn er heute die Minus 3 hat. Der kommt jetzt mal mit der 99. Ballert da vielleicht dran vorbei. Vorne geht es leicht bergab. Das könnten wir nutzen, weil Emil Herzog jetzt einfach auch in einer guten Position ist. So, Emil Herzog geht los. Am Hinterrad ist Teutenberg, der dann jetzt mal kommt. Timton Teutenberg kommt da da irgendwo noch durch, durch die Lücke. Das wird ein Foto-Finish. Und es wird dann der zweite Platz für Timton Teutenberg. Hätten wir, glaube ich, sogar noch minimal früher losgehen können. Aber gegen eine super starke Konkurrenz. Tobias Lund-Andresen, der deutlich stärker ist. Arnode Lee geschlagen. Wout van Aert geschlagen. Also, das war ein richtig guter Sprint. Mats Pedersen auch noch geschlagen. Emil Herzog auf der Acht. Also, das macht richtig Spaß. Also, ich bin mega drin jetzt in der vierten Saison. Noch eine Saison Continental, hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Aber jetzt gegen die absolute Top-Konkurrenz. Ich meine, den Wout van Aert zu schlagen mit Timton Teutenberg. Da ist man einfach motiviert. So, interessantes Profil auf der zweiten Etappe in Portugal. Wir haben vorne Eric Morsa in der Gruppe. Der da, ja, ein bisschen Führungsarbeit ab und zu mal mitmacht. Aber die Gruppe ist riesig. 19 Fahrer, die sich hier relativ früh abgesetzt haben. Entwie ruckelt das Profil hier immer mal ein bisschen. So, hier hinten sind dann 40 Fahrer. Da macht Ryan Gibbons gerade noch ein bisschen Nachführarbeit. Gerade auch Kommentare gelesen mit Andrew August, der wohl nächstes Jahr bei Ineos unterschrieben hat. War mir gar nicht so ein richtig Begriff, Andrew August. Das ist mehr oder weniger an mir vorbeigegangen. Aber hey, es gibt so viele Sportarten, die man verfolgen kann mit irgendwelchen Talenten. Und da geht einem der eine oder andere Name mal ein bisschen flirten. Auf jeden Fall, Andrew August hatte mich ein bisschen überrascht, dass er zumindest bei Legion of Los Angeles unter Vertrag war. Die Ineos Grenadiers kann ich ja noch eher verstehen. Wie gesagt, das Profil ruckelt ab und zu, war auf der ersten Etappe aber auch schon so. So, hinten sollten wir dann auch gleich mal anfangen. Wir fangen mal mit Diron an. Können ihn aber auch erst nochmal hier so ein bisschen reinhängen. Dann hängen wir Karl Engel hinten dran und machen vorne noch Emil Herzog als Helfer hin. Und der Rest hat dann einfach mal ein bisschen Feierabend. Die sind jetzt eh nicht so stark. So, Diron geben wir mal die 90, weil das Tempo hier hinten durchaus hoch ist. Moassa hält da vorne noch sehr, sehr gut mit. Und wäre natürlich cool, wenn wir den Etappensieg hier aus der Spitzengruppe rausholen könnten. So, Moassa nimmt einmal kurz raus, nimmt Schwung. Schwierig, das jetzt von beiden Seiten die ganze Zeit hier zu beobachten. Diron hängt da sogar ein klein wenig zurück mit Karl Engel am Hinterrad, der hier unser Kapitän ist. Also, der Luxemburger versucht es hier gegen eine starke Konkurrenz zu schaffen. Wir haben Wout von Art hier vorne schon gesehen. Ethan Hater ist dabei. Dann haben wir Daniel Philippe Martinez. Bob Jungels hier vorne am Start. Lorenzo Rota, der inzwischen hier für UAE am Start ist. So, Moassa vorne immer noch in einer ordentlichen Position. Aber energiemäßig sieht es schon nicht mehr ganz so fresh aus, was er hier macht. So, was macht Diron hier hinten? Immer noch in einer okayen Position. Wir sollten aber vielleicht mal ein bisschen nach vorne fahren. Wie gesagt, das gruckelt, tut mir leid. Aber das Profil hat alleine schon ein halbes Jahrzehnt gebraucht, um mal zu laden. So, Teutenberg und so weiter kriegen mal Energiegel. Vlad van Mechelen ist eh schon rausgefallen. So, Moassa ist vorne jetzt auch ziemlich blau gegangen. Da haben wir auch eine gute Konkurrenz hier anscheinend mit am Start. Dann konzentrieren wir uns doch mal hier hinten rauf. Bevor wir jetzt hier dauernd hin und her springen. Timton Teutenberg hängt da auch noch hinten dran. Karl Engel sieht nicht mehr so mega fresh aus. Diron ist dann hier bei dieser Mittelgebirgsetappe vielleicht sogar der stärkere Fahrer mit der Plus 4. Aber wir wollten für unseren Andy Schleck fahren. Und Eric Mosser ist da vorne jetzt leider gleich raus. Da ist die Konkurrenz dann doch ein bisschen zu stark, was ich gar nicht so 100% verstehe. Warum Moassa da jetzt so schnell blau gegangen ist. So, also Nachführarbeit wollen wir eigentlich keine machen. Aber tatsächlich ist Diron heute der stärkere. Aber wir lassen die Konkurrenz hier mal weiter vorbeifahren. Dauert noch ein bisschen. Und die Abfahrt ist jetzt auch nicht so enorm. So, unser Dreierzug macht das hier sehr gut. Moassa kommt da vorne nochmal mit dazu. Den lassen wir einfach weiter durchballern. Hätten wir auch das Energiegel früher geben sollen. Bergpunkte. Das hat sogar gereicht, um wahrscheinlich vorne zu bleiben. Ich glaube, dass die Gruppe das vorne gewinnt. Wobei es sind noch 12 Kilometer. Und der Schlussanstieg geht auch nochmal 7,8 Kilometer. Dann versuchen wir hier nochmal zu regenerieren. Energiegel haben wir noch. Vorne ist Moassa jetzt. Der, keine Ahnung, soll der nochmal ein Wasser holen oder so. Macht eigentlich kaum Sinn. Aber wenn wir ihn schon da haben, dann soll er da nochmal seine letzten Körner vielleicht reinballern. 18 Fahrer hier drin. Vorne sind 5 Fahrer in der Spitzengruppe. Die hier noch relativ gut zusammenarbeiten. So, der hat auf jeden Fall einen guten Tag. Dias, Lima, Silva, Gonçalves und Dominguez sind da vorne. Dann haben wir Silva und Thümen Ahrensmann macht hier hinten das Tempo. Daran sieht man schon, dass das hier kein ganz schlechtes Feld ist, das am Start ist. So, wir ballern wieder ein bisschen mit Einsatzbalken. Mit unserer Dreiergruppe, an die ich mich sehr gewöhnt habe. Ohne allerdings, wie gesagt, Tempo zu machen. Da kommt Carapaz, der anscheinend Meister seines Landes ist. Wir bleiben sitzen. Versuchen hier ein gutes Tempo hochzufahren. Die Attacke jetzt mitzugehen wäre, glaube ich, tödlich für uns. Wout van Aert versucht mitzugehen. Herzog bekommt mal Energiegel. Wir bleiben hier sitzen. Es sind noch sechs Kilometer. Nehmen sogar noch mal ein kleines bisschen raus, würde ich sagen. Dann passt das bis oben hin. So, eine Minute noch der Rückstand. Alles gerade ein bisschen unübersichtlich. Und wie gesagt, das Ruckeln tut mir leid. Zumindest bei mir ruckelt es. Ich weiß gar nicht, an der Aufnahme sieht es auch so aus, als würde es ruckeln. So, kommt schon, Leute. Kriegen wir noch hin. Vorne ist da jetzt eine starke Gruppe raus. Das ist jetzt nicht der allersteilste Berg. Herzog hat da jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen Probleme. Wird jetzt gleich rausfallen. Da muss Diron einmal rumfahren. Karl Engel macht das sehr, sehr stark. Wir nehmen mal die beiden Energiegele. Also Karl Engel hier in super Verfassung in seinem ersten Rennen für Bike Aid. Schauen, ob wir da vorne noch mal hinkommen. Da kommt jetzt, glaube ich, Egan Bernal mit der Attacke. So, kommt schon Diron. Zieh noch mal durch. Das schaffst du noch ein Stück. Ist nicht mehr allzu lang. Die meisten sind jetzt auch echt durch. Vorne ist der letzte Kilometer. Und da muss Karl Engel dann jetzt noch mal alleine losgehen. So, auf dem Weg zum vielleicht Etappensieg. Schauen wir mal. Karl Engel gegen Egan Bernal. Der ist durch. Ja, mei. Kann man machen. Dann sprinten wir noch mal. Alter Schwede. Karl Engel holt sich hier den Sieg gegen eine bockstarke Konkurrenz. Andy Schleck, ne? Die Wiedergeburt des Andy Schlecks. Diron wird dritter. Auch nicht schlecht. Kann man mal machen. Emil Herzog sollte eigentlich auch noch ganz gut irgendwo mit dabei sein. Und dann haben wir hier eine Konkurrenz geschlagen. Holy fuck, ne? Wir sind am Anfang der Saison, muss man sagen. Die sind sicherlich noch nicht in Topform, die Jungs. Während der Tour de France würde das schwerer werden. Aber hey, Leute. Karl Engel, der zeigt gleich mal, dass der Name Programm ist. Es ist immer 16.52 und 45 Sekunden in Portugal. Ich weiß nicht warum. Würde aber einiges erklären. Wir waren ja in Portugal im Urlaub. Es würde wahrscheinlich diese harte Sprache erklären. Deswegen sind die immer sauer. Ich finde die Sprache immer sehr, sehr cool. Wobei sie nicht sehr melodisch ist, ne? Also egal, wo wir waren und uns irgendwie was angehört haben auf Portugiesisch. Es klang immer, wie gesagt, extrem hart. Als wären die mega sauer. Ähnlich wie Russisch. So Teutenberg auf der 19. Holy fuck, was hat der denn gemacht? Moassa kommt auch noch auf die 20. Richtig starkes Teamergebnis. Würde ich sagen. Schauen wir gleich mal auf die Gesamtwertung. So, schauen wir nochmal in die Siegerehrung rein. Da haben wir Karl Engel. Sieht aus wie all unsere anderen Fahrer. Macht aber nichts. Der holt sich den Sieg vor Egan Bernal und Koronte. Die Rhin 22 Sekunden. Bedeutet natürlich auch Führungstrikot für unseren Luxemburger. Gleich mal das gelbe Trikot hier geholt. Mega nice. Bernal auf der 2. Die Rhin dann. Daniel Philippe Martinez, Uitebrooks geschlagen. Laurence de Plüse, Maduas, Hirschi, Carapaz. Alter, ich bin so drin in diesem Game jetzt. Das macht so Spaß. Endlich auch gegen die Top-Konkurrenz zu gewinnen. Oder ja, es zumindest zu versuchen. Und Karl Engel war jetzt ja wirklich nicht der Top-Favoritier auf den Sieg. Bergwertung geht ebenfalls an Karl Engel. Punktewertung Tobias Lund-Andresen vor Teutenberg. Nachwuchsfahrerwertung Doppelführung. Dann sogar noch Platz 4, 5, 6 für unsere Kollegen. Auch Sotirios Marios Bretters noch auf der 10. Teamwertung deutlich vorne. Da können wir echt die Faust ballen und sagen, hey Leute, das war auf jeden Fall mal ein richtiges Zeichen, das wir hier gesetzt haben mit Team Bike Aids. Vor allem mit unseren jungen Talenten. Die Tour de Rwanda geht in drei Tagen auch los. Da werden wir mit Georg Zimmermann an den Start gehen. Ein bisschen vielleicht overpowered, ne, Georg Zimmermann. Aber ich dachte mir, hey, wir wollen ein Zeichen für die Tour de Rwanda setzen. Wir nehmen unseren Teamkapitän mit. Und das Profil ist halt auch wie gemacht für ihn. Da sollten wir eigentlich sehr erfolgreich sein. Auch die Kopfsteinpflaster-Etappen müssten wir eigentlich ganz gut überstehen. Dann haben wir eh eine lange Pause. Da kommen nur wenig Rennen. Und dann kommt die Strade. Das ist unser Highlight zumindest des frühen Frühjahres. Dann kommen natürlich auch noch hier Gent-Wevelchem und später Flash-Vallon. Da freuen wir uns auch drauf. Hier kann man sicherlich mit Nils Bichotte ganz gut durchkommen. Und vielleicht mit ein bisschen Glück eine Top-10-Platzierung holen. Also einige kleinere Rennen. Und ja, der Rennkalender. Da reden wir lieber besser oder besser nicht mehr drüber. Weil der ist immer noch viel zu leer. Da wird es dann natürlich auch schwierig, sich zu qualifizieren. Als bestes Conti-Pro-Team. Schauen wir gerade mal. Da sehen wir, dass wir hier aktuell auf Platz 23 sind. Der Stand ist allerdings 14.2. Also das ist jetzt noch nicht ganz aktualisiert mit unserem Sieg, den wir dort gerade geholt haben zum Beispiel. Und wenn wir die Rundfahrt gewinnen in Portugal, da gibt es ordentlich Punkte on top. Also momentan sind wir bei Team Movistar, die natürlich in der World Tour sind. Akea Samsic vor uns. Burgos. Da sind schon einige Conti-Pro-Teams noch vor uns. Unter anderem auch Bolton Equities Blackspoke, die sehr, sehr ordentlich gepunktet haben. Schauen wir mal ganz kurz auf den Kader drauf. Sören Wernskiholt ist dort mit am Start. 76 Kopfsteinpflaster, Sprint 80, Beschleunigung 73. Antonio Morgado unter anderem auch mit dabei. Tobias Lund-Andresen, der natürlich viele Sprint-Siege einfährt. Victor Lafay. Eigentlich ein nicer Kader. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn ein neuseeländisches Team dann halt gar keinen Spitzenfahrer aus dem eigenen Land hat. Aber da müssen wir uns ja auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wobei wir haben Georg Zimmermann, Emil Herzog, Marius Mayerhofer. Eigentlich achten wir ja sehr drauf, dass das Gesicht unseres Teams afrikanisch, deutsch und dann eben so ein bisschen europäisch angehaucht ist. Das war unser Ziel. Mit Diego Brühmann haben wir ja auch noch ein großes Schweizer Talent jetzt mit drin. So, ich bin gehypt. Wir gehen mal rein in die dritte Etappe, würde ich sagen. Schauen wir nochmal ganz kurz drauf, was da jetzt noch auf uns zukommt. So, also dritte Etappe, ja, was für die Sprinter. Vierte Etappe, ach stimmt, shit. Wir haben ja das 32 Kilometer Zeitfahren. Ja, da wird das natürlich verlieren, Karl Engel. Und dann haben wir hier noch eine Ankunft für die Panschöre. Also, Etappen sieht cool. Freuen wir uns drauf, ne? Oder vor allem auch drüber. Aber Emil Herzog war doch auch ganz gut platziert. Von daher, Zeitfahren könnte ihm liegen. Schauen wir mal, was im Sprint wieder drin ist gegen eine starke Konkurrenz. Ansonsten scheiß drauf. Etappensieg haben wir auf jeden Fall eingetütet. Wir liegen jetzt TV Blässtitch und ich deine Bedeutung volljudgebe 250 Minuten. Und dann, baby.